Diesen Bericht präsentiert euch Speck Pumpen. Die Hochleistungswasserpumpe von Speck. Im Haushalt, Sport, Freizeit, Business und Sicherheit. Die Pumpen von Speck. Der Garant für Druck in eurer Wasserleitung. Speck Pumpen. Motor TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen hier in Möckers. Und wenn wir den Start der Feld anschauen, alle Mädchen, die hier bei diesem Ruiz-Tag hier in Möckers mit dabei sind. Und gleich wird der Start freigegeben von unserem Rennleiter und dann geht es gleich los für die Mädchen. Und ein tolles Feld hier. Und wir wünschen den Mädels alles Gute für die Ladies. Ein tolles Rennen, ein spannendes Rennen. Und hier wird die Strecke jetzt freigegeben und gleich geht es hinauf auf diesen Steilhang. Wir werden jetzt gespannt sein. Wer wird hier den Hohlschott holen? Und jetzt ist die Strecke freigegeben für den Stauter. Und gleich wird hier die Schranke gezogen. Und wer holt hier den Hohlschott? Bei den Mädels. Schauen wir mal, wer kommt also aus da oben über die Linkskurve hinunter in den Käse-Rebellenbogen. Und jetzt geht es los und auf. Und die Mädels sind schon ganz heiß. Ja, und ein toller Staut. Und wenn man das nicht wüsste, dass das Mädchen sind, würde es man nicht glauben. Und sie pilotieren gleich wie die Jungs hier hinauf über den Steilhang mit Vollgas. Und jetzt werden wir gleich hören, wer hat hier den Hohlschott geholt? Die Prämie für den Hohlschott. Und der wird auch überreicht von deinem Freund. Ja, tolle Geste, tolle Geschichte. Beide im Motocross mit dabei. Und der Alexander Andreis, der ein perfektes Rennen heute hier veranstaltet hat. Elias, gibst du jetzt den Mädels einen guten Tipp? Ja. Welchen? Erzähl. Ja, bei dem Zielsprung ist, dann die Bergeabfahrt und dann die Kurven und dann auch von außen in den einschneiden. Und jetzt habt ihr jetzt gehört, was euch der Elias jetzt für einen Tipp gibt? Man lasse ich dürfen. Du auch? Natürlich. Ja, da werden wir schauen, wer den Tipp richtig einhalten von Elias. Es wird jetzt spannend. Also, wenn wir jetzt mit der Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lippen-Lipp Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.